Hallihallo! Heute mal ein Video zu einer Zuschauerfrage. Dort wurde gefragt, wie nimmst du jetzt eigentlich deine Videos auf? Hier zunächst mal zum Ton. Mittlerweile nehme ich den Ton separat auf. Eine Zeit lang habe ich den Ton von meiner Videokamera genommen, separat und ins Video eingemischt mit der Bearbeitungssoftware PTV unter Ubuntu 1204 LTS, was ich auch immer noch benutze, zum Videoschneiden. Ich habe dann gemerkt, ich könnte ja genauso gut mein Smartphone nehmen. Der Vorteil vom Smartphone ist, dass man sich mal eben auf die Knie legen. Wenn man die Tastatur sowieso vor sich hat und aus der Ferne arbeitet, mit seinem Fernseher oder so, dann kann man schön vor sich legen. Ist wunderbar, die Sprachqualität finde ich ist gut. Ansonsten nehme ich die Tonaufnahme meiner Videokamera. Im Nachhinein mische ich dann Ton und Video mit der Videobearbeitungssoftware PTV der guten alten, sage ich jetzt mal. Damit mische ich das Ganze zusammen, weil die alte Version, finde ich, sehr viel besser ist als die neue Version von PTV, die ziemlich buggy ist. Nachdem ich also meinen Ton aufgenommen habe, jetzt kommt er von der Videokamera logisch, ich habe ja die Aufnahme auf dem Smartphone gestoppt, kriege ich ein Sprachmemo. Diese Sprachmemo kann ich natürlich dann auch, wenn ich hier längere Zeit die Taste drücke, auf den Dateinamen senden, via und dann zum Beispiel per E-Mail mir zuschicken oder ich könnte es auch per Übertragungskabel auf den Rechner bringen, damit ich den Ton als separate Datei habe und das kann ich dann mit PTV weiter verarbeiten. Warum nehme ich meinen Ton separat auf? Ja, ich habe festgestellt, dass externe Aufnahmegeräte besser geeignet sind zur Tonaufnahme, weil die besser das Rauschen filtern. Würde ich zum Beispiel eine bereits vorhandene Webcam oder ein Mikrofon, das am PC angeschlossen ist, nehmen, habe ich ständig Rauschen drauf. Vielleicht habt ihr bessere Geräte, die das besser erledigen. Da gibt es auch hochqualitative. Ich erledige das, weil mich das nix kostet, halt jetzt mittlerweile über mein Smartphone. Habe ich also mir das zugemailt, habe ich hier zum Beispiel in meinem Projektordner das Sprachmemo schon mal da. Gut, wie kommt das Videobild hierher? Ich nehme mein Videobild parallel auf, indem ich ins Terminal folgenden Spruch hinein kopiere und Enter drücke. Ich benutze das Programm Record My Desktop vom Terminal aus, um in mein Home-Verzeichnis Benutzername eine Out.ogv-Datei erstellen zu lassen. Das ist das Videobild. Und wenn ihr wollt, auch mit Ton. Das habe ich hier auch mit drin. Hier ist auch Ton mit einem Kanal und der und der Frequenz, wenn euch das reicht. Gut, was passiert, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin? Also wenn ich hier Enter gedrückt habe, da kommt Recording. Und irgendwann drücke ich dann, wenn ich fertig bin, Steuerung und C. Dann wird diese Out.ogv-Datei gerendert. Ihr müsst dann die Finger vom Terminal lassen, bis da 100% steht. Ihr habt dann also diese UGV-Datei mit dem Videobild und auch Ton, wenn ihr den wollt. Und die separate Sprachmemo-Datei, die ihr euch zugemailt habt oder per Kabel rüber gespielt habt. Diese beiden Dateien, in dem Fall so mache ich das, habe ich dann vorliegen. Und dann kommt PTV, die Videobearbeitung hier unter Ubuntu 1204 LTS. Ich benutze gerne die ältere Version, die neuere Version, die in aktuellen Ubuntu-Versionen vorhanden ist. Finde ich unbenutzbar momentan. So. Hier kann ich also meine beiden Dateien, das Video, das auch Ton hat und den separat importierten Ton von meinem Smartphone, kann ich hier einfügen. Ich kann beides markieren, hinzufügen. Hinweis zu PTV. Auch diese ältere Version ist nicht ganz backfrei, falls das mal komplett abschmieren sollte. Könnt ihr mit dem Terminalbefehl KillRPython Ja, also natürlich Python mit Y geschrieben. Ich habe hier noch den englischen Taster. Python Das gegebenenfalls komplett abwürgen, falls da im Hintergrund noch was hängt. Wie gesagt, auch diese Version von PTV ist nicht ganz backfrei. Da ich die aber schon seit Uhrzeiten benutze, kenne ich die Fehler. Einer der Fehler dieser Version ist, wenn man eine Videodatei hinzufügt und dann versucht, Ton und Audio zu trennen. Und dieses Symbol dafür benutzt. Da unten kennt ihr das. Also das mit den zwei Pfeilen. Dann stürzt es schon mal gerne ab. Stattdessen ziehe ich den Ton. Das ist die Videospur und das ist die Audiospur, die wir zusammen mit Rekord My Desktop aufgenommen haben. Stattdessen ziehe ich also die Lautstärke hier auf Null, anstatt Ton und Video zu trennen. Das ist jetzt der erste Teil. Nun haben wir immer noch unseren Sound. Gut, der Sound hat nicht dieselbe Länge wie das Video. Natürlich habe ich nicht zeitgleich das hinbekommen, das App auf meinem Smartphone zu starten, wie den Ton von Rekord My Desktop beziehungsweise das Video aufzunehmen. Auch hier kann ich die Lautstärke vom Smartphone Aufnahme hier noch erhöhen oder erniedrigen. Man kann auch mit diesen kleinen roten Linien herumspielen und kann zum Beispiel die Lautstärke hoch und runter ziehen lassen. Würde ich aber nicht empfehlen. Es kommt da oftmals zu Knackgeräuschen, die unangenehm sind. Hier oben habt ihr einen rückgängig Pfeil, mit dem ihr die Änderungen gegebenenfalls wieder rückgängig machen könnt. Gut, jetzt ist natürlich selten bei mir, dass ich im Bild zu sehen bin. Deshalb muss mein Audio und Video nicht 100% synchron sein. Falls doch, dann sucht euch eine markante Stelle im Video, wo ihr sagt, Aha, zum Beispiel habe ich da lautstark irgendwas gerufen. Sucht euch in der Tonspur die entsprechende Stelle. Ihr könnt das Ganze so verschieben, dass es synchron ist. Am Anfang und am Ende des Videos werdet ihr wahrscheinlich noch vielleicht euch häuspern und erstmal vorbereiten. Da ist noch was hinten dran und vorne dran wegzuschneiden. Man kann hier mit dem vorderen Teil, der erscheint so eine senkrechte Linie. Wenn man darüber ist, kann man das hier verschieben. Das heißt, das schneidet den vorderen Teil auf das Stück ab, wo man gerade meint. So. Hier empfehle ich nicht genau an der Linie, wo man gerade abspielt, zu trennen, sondern etwas außerhalb. Dann trifft man nämlich, wenn man das entsprechende Audio-File ebenfalls trennt, genau das Ende der Videospuren. Damit eben nicht das passiert, was hier passiert, dass ich versehentlich am Ende dieses Striches lande, sondern tatsächlich am Ende des Videos. Ja. Damit die beiden Enden zusammen passen. Schiebt sich das wieder ganz nach vorne, dass das Video und Audio ganz vorne anfängt. Steuerungstaste drücken, Maus-Rollrad nach vorne ran zoomen. Und mit dem Rollbalken, der unten erscheint, kann man sich schön noch mal anschauen, was passiert bei fünf Sekunden oder vorher. Ist das überhaupt synchron? Gegebenenfalls kann man nochmal etwas vom Video wegschneiden und das Audio entsprechend verschieben. Das Ganze synchronisieren, wie man meint, bis das zusammenpasst. Und dann das Start- und Ende-Stück wieder ganz nach vorne auf Null schieben. Ein bekannter Fehler, den ich auch habe hier unter PTV ist, dass man sich das Ende nicht wirklich ran zoomen kann. Ich nehme dann eine bereits vorhandene Datei und kopiere die nochmal nebendran. Dann ist man in der Lage, sich das Ende auch genau anzuschauen. Auch hier dann wieder Audio und Video entsprechend einzukürzen. Man kann sich das mit der Vorschau mit Play immer wieder anschauen. Hier habe ich zum Beispiel schon meine Brille abgenommen. Das gehört nicht mehr da rein. Und das ganze Video gehört also hier noch weiter abgeschnitten. Man kann sich wieder raus zoomen mit den Rollbalken entsprechend dahin. Die tatsächliche Ende. Da nehme ich gerade meine Brille ab. Da ist das zu Ende. Und hier habe ich noch gesprochen. Ich würde jetzt hören, passt der Ton? Wo sage ich Tschüss? Und würde das Ende entsprechend trimmen. Würde aber immer schauen, bevor ich Audio trimme, dass ich diesen senkrechten Strich erstmal woanders hin klicke. Um tatsächlich das Ende des Videos zu erwischen. Und nicht den Strich, der nicht immer genau da ist, wo man meint. Zum Schluss kann ich diese Sprachmemo, das überflüssig ist, hier rausnehmen. Das dient mir halt nur, um mich ans Ende heranzoomen zu können. Da ist dann das Ganze zu Ende. Dann das Ganze speichern. Mit erstellen kann man entsprechend die Einstellungen machen. Momentan nehme ich AVI. Ist auch nicht mal ganz perfekt. Manchmal habe ich so einen gekrisselt drin. Im Video sage ich genau passend zu meiner Rekord-MyDesktop-Einstellung. 15 Frames per Second. Frames per Second. 15. Codec X24 in Codec nehme ich momentan. Und Lame MP3. Wenn bei euch nicht vorhanden, Lame MP3. Ubuntu die entsprechenden Restricted Extras gegebenenfalls noch installieren. mit sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras. Dann habt ihr noch gewisse andere Codecs. Beide Installationen werdet ihr noch gefragt. Möchtet ihr irgendwelche Fonts installieren? Dann müsst ihr gegebenenfalls mit Tab noch auf Ja und dann bestätigen. Hat man diese Audio- und Video-Kodecs installiert, dann kann man es auch in diversen Formaten speichern. Wie gesagt, man kann ran zoomen, raus zoomen. Man kann natürlich auch einen Teil, der einen stört, herausschneiden. Dafür gibt es die kleine Schere. Seht ihr die hier unten links in der Ecke? Die Schere. Man muss dabei immer achten, wo ist man gerade? Schneidet ihr komplett das Video inklusive Ton über alle Spuren rückgängig? Oder bin ich jetzt nur auf der Videospur und schneide da? Dann schneidet er halt nur die Videospur. Was ihr jetzt vielleicht nicht gehört habt, hoffentlich. An dieser Stelle des Videos habe ich furchtbar gehustet. Wenn ihr die Audiospur auch schneiden wollt, schneiden. Und ihr könnt, wie gesagt, dann nehme ich diesen Strich immer weg, damit ich genau das Ende des Videos mit Audio übereinander kriege. Könnt ihr dann so zusammenfummeln und das Ganze wieder zusammendocken. Beim zusammendocken darauf achten, dass sich das nicht überschneidet. Es sei denn, es wäre dann so gewollt, was ich mal hier mit ranzoomen zeigen will. Hier gibt es eine Überschneidung. Da bin ich überlappt. Wenn gewollt, schön. Aber beim Zusammenschieben gegebenenfalls ranzoomen, um zu gucken, ob die Enden wirklich bündig sind. Das Ganze gegebenenfalls dann nochmal mit Play abspielen. Und, speicher nicht vergessen, erstellen, rendern, das Rendern-Ergebnis, das fertige Video, hier in dem Fall AVI, nochmal überprüfen. Am besten eine ganze Länge, um jedenfalls, wie gerade schon wieder passiert, Huster rauszuschneiden und nicht etwas zu vergessen. Wie gesagt, das Endergebnis nochmal überprüfen. Ist zwar lästig, dass man sich dann zum Beispiel nochmal neun Minuten alles anschauen kann. Ist aber durchaus sinnvoll, um Fehler zu entdecken. Ich mache das meistens dann, wenn ich das fertige Video bei YouTube hochlade. Dann ist es ja noch nicht öffentlich. Und ich kann dann in der Zwischenzeit die erstellte AVI-Datei nochmal separat auf einem anderen PC hören. Das Downloaden oder Uploaden beziehungsweise dauert ja eine gewisse Zeit. Was man ja auch schön sieht in der Audiospur, das war jetzt nicht genau der Start, den ich haben wollte. Man sieht, hier sage ich nichts. Da habe ich mich aufs Video vorbereitet, gegebenenfalls geräuspert. Und hier geht es mit Halialo weiter. Also dann die entsprechende Stelle ist auch entdeckbar durch diese Vorschau, die sich auch abschalten lässt, wenn euer PC ein bisschen zu langsam ist. Wie gesagt, den Strich wegnehmen, meine Empfehlung. Dann andocken an Audio-Video gleich und dann erst rüber schieben auf Null. In den Projekteinstellungen kann man, wie gesagt, dann noch entscheiden, will man überhaupt irgendwo eine Voransicht haben. Ja, da muss ich mal schauen, wo das noch war Ansicht. Und es gibt noch eine Option, wenn ich die jetzt mal finde, dass diese Vorschau der Wellenform und des Videos nicht erscheint. Ist ganz witzig für ältere PCs. Und das sieht man bei Leistung. Audio Wellenform aktivieren. Jetzt sieht man kein Audio mehr. Ja, also er muss also nicht diese Grafik aufbauen und Videobilder anzeigen. Kann man auch abschalten. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Ich huste gleich wieder. Deshalb muss das Video hier enden. Schneide das raus. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. STRG C drücke ich jetzt in meinem Terminal.